Ah, darf ich dir meinen hervorragenden Kollegen Hendrik Höfgen vorstellen? Aha, unser Mäfisdorffelis. Gratuliere, diese Maske ist perfekt, sie ist das Böse selbst, diese Maske ist das heilige Böse. Der beste Blick doch aus der Nähe so mild, die weiche Händedruck ist Höfgen eigenartig. Aber da scheint das Geheimnis der Schauspielkunst zu sein, Kraft und Geist zu zeigen, während man in Wirklichkeit schwach ist. Na ja, ich kann mir vorstellen, dass Sie sich außerordentlich, gründlich und lang auf diese Rolle vorbereitet haben. Mit meinem ganzen Leben, Herr Ministerpräsident. Richtig, nur so geht es. Das ist das Geheimnis der Größe. Richtig, nur so geht es. Machen Sie weiter so, Mäfisdorffelis.